Warnung! Das folgende Video könnte leicht übersteuern, ziemlich laut sein oder zu Gehörschäden führen. Um dies zu vermeiden, bitte ich euch eure Kopfhörer bzw. Lautsprecher etwas runter zu pegeln. Was ist denn? Ich will 15 Euro haben, bitte! Hey, LKW-Fahrer! Alles klar! Hey, LKW-Fahrer! Watt ich denn?! Hallo? Wie höre ich mich an? Keine Ahnung, wie übrig kommt? Ne wie Helm und Kamerl. ipping Hallo, Helm und Kamerl! Helmut 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 Movie Helmut Helmut Maul,PS可zie Hallo Bushfahrer Для zubeten! Halt den Maul! Halty Freyche. Ha Tracy Ah, alles klar. Jo. Moin. Halt, halt, halt einfach dein Maul. In den Welt gibt es so viele Menschen, da kannst du gar nicht mehr wissen. Welche Deutscher? Ich. Oh, schön. Helmut, viel Spaß. Was ist denn? Wer bist du? Wie heißt du? Ich heiße Helmut. Helmut? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Kennt ihr diesen LKW-Fahrer Helmut? Moment! Herrscher-Geld-Kaffee! Oh. Komm halt auf. Voll der bellen Sound. Ich darf jetzt die Top-Core. Ängster geht. Äpple. Hast du kein Geld? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Mayonnaise ist kein Instrument. Wer die bittig-wittig geht auch. Wer die bittig-wittig geht auch. Wer die bittig, du Hurensohn. User left your channel. Was ist Reis? Beim Essen. Oh, den Fleisch. Kein Fleisch, Alter. Wieso gibt es in Afrika keinen Müller-Milchreis? Weil du ihn gefressen hast. Weil der nur von Climbing-Reis, du Kasacke. Genau. Weil du hässlich bist. Oh, wie war der Joke? Wie war der Joke? Wer weiß heute, was er erinnert auf Comic-Star? Keine Ahnung. Jo, Kids Party! Wann gibt's da welche Hurensohn? Wann gibt's da welche Hurensohn? Gönn ich ihn, Alter. Wollen, dass du jemandem 16 Euro gibst. Äh, 15. Hat der Maul. Wer? Jungen, Benni, halt die Fritze, du dummer Spaste. Gib mir jetzt 15 Euro Paysafe. Wer ist? Ich brauche Skinsarmer nach Kori. Nee, nee, er bezahlt mich safe. Okay, wer sich traut, ähm, Barbie-Girl zu singen. I'm a Barbie-Girl. Ok, nein, 12. In der Barbie-Girl. Jetzt war der Stick. Ah, ja, weiß ich nicht. I'm aus Plastik. You can brush my hair. Yes, we're talking about John Cena! Ich mach mich nicht. If you're Patrick, then who's that? John Cena! Eppisch! Who's best Pokemon? It's John Cena! 판isch! Zina? Zina! Zina! Zuipin, somebody Ilzey! Bye, dad! よ, c'est please... John Cena! L damn nie... Hold on. Mute day, mute day. John Cena! Oh it's a bird! It's a plane! Oh fuck, John Cena! WeR-ider, Talent Kristen continue to know his namens, Why do might I have norった- Madppsx? baren kirk 2 johnstein wie das johnstein ehrlich apple sch complexities das kann apple sch망 apple schade aber die ist ja doch dasANA ist ja jetzt das ist es na John Cena! Hi! My name is John Cena! Of course, you probably won't feel that way about it after he's beaten you. What's that? I said you probably won't feel that way about it after he beats you. A bold statement. You certainly seem to have a lot of confidence in this mystery fighter of yours. Hmm? Huh? Alright guys, I'm afraid that I can't win this fight. I need someone to take over. And his name is John Cena! I need John Cena! They know I'm busy forming myself. John Cena! Victory! Screech! John Cena! He's making me claustrophobic. What does claustrophobic mean? It means he's afraid of John Cena! Look out, Bikini Bottom! There's a new driver on the road, and his name is... ... ... ... ... ... Gott, es ist da!